so da sind wir wieder der 2 uhr ist komischerweise irgendwie raus geflogen ist jetzt in einem an jetzt ist er ganz raus okay wahrscheinlich wegen seinem internet problem das seit wieder ganz raus geflogen ist ich vermute mal er wird gleich wieder da sein gebrannt ist jener das sehen wir doch hier beim rock ist auch wieder aussieht ich glaube dann bleibe ich mit klassischen okay dann können wir noch mal kurz hier kisten öffnen import drop und ich glaube den hatte ich auch schon oder so in der art auf jeden fall wollte ich immer schon mal haben herrschelige idee können wir erstmal aufmachen so ich finde das übige so zwei können wir noch öffnen wir müssen mal gucken wo ihr bleibt hier das ist natürlich nice dass sie sich so mitdrehen aber haben keine färbung oder sowas was ich mal nice finde sterne will ich nicht so gerade nachricht dann dauert es ja doch noch einen moment wir haben ja noch ein paar turnierbelohnungen wein das können jetzt hat man ja sehen dies nicht mehr so pralle seit dem sieg was hat das mit schildkröte zu tun ist also nur kuchen oder sowas oder heißen die so die frage soll ich noch mal match starten hier einfach so lange eigentlich dauert er so eine ruta neustart und nicht so ewig lange vielleicht können wir in der zeit noch mal ein bisschen enttäuschen ich mach das halt mal mit der maus geht schneller anzahl haben wir nicht ich glaube das hätten wir auch vor einer geraumer zeit schon mal gemacht da dürfte ja nicht mehr so viel dazu gekommen sein ach das einhorn hatte ich schon einmal okay das muss ich mir doch mal angucken okay die raketen das muss ich zugeben hier waren wir glaube ich ne anzahl okay da kommen wir nicht mehr auf fünf tauschen im prinzip immer nur das ein was ich doppelt habe oder öfter kann man hier eigentlich auch ein auto bekommen oder eine torx person ich glaube das habe ich auch noch nie gekriegt beim eintauschen ach mist anzahl zack eins zwei drei vier ne okay war jetzt auch nicht so der bürner ach ne ist er ganz schwer doppelt gucken wir mal kurz nochmal ob er ne er ist nicht wieder da ach zack enttäusch schwarzmarkt anzahl ein zwei drei vier mist und das sind ja nur die entwürfe theoretisch kann ich mir jetzt sparen weil da kann ich mache eh nur schnitt wenn man regelmäßig mal credits so gratis erspielen könnte wäre das tatsächlich nice dann könnte man sowas nämlich auch mal benutzen ohne dass man sich credits kauft aber so ist mir das einfach nicht wert aber so ist mir das einfach nicht wert das ist ein guter neustau dauert aber ernst schnitt doch noch ein match die schafft ne und dann gucken wir hier noch hin ne und dann okay was solls ich vermute mal er kriegt einfach kein internet momentan aber momentan findet er bei mir hier auch ne stöder wird was ist da denn los normalerweise läuft das immer recht schnell ist doch gar nicht ich finde es auch blöd jetzt tatsächlich dass man jetzt ist er wieder da hallo jetzt dass man nicht mehr auswählen kann dass man 2v2 und 3v3 gleichzeitig sucht das hat ja gedauert er geht nicht so schnell so bist du ja ich hoffe doch oh nein was sie ist wenn ich mal neu zu verspielen in rosa magst du rosa nicht geht so die ziel die ja das war jetzt nicht so geplant bist du noch da Prozent bei mir auf auf richtig galer penge und Oh nein, er ist raus, oh nein, oh nein. Ist das ärgerlich jetzt schon wieder, ey. Oh. 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 Raus hier, ey. Dann hau ich lieber noch mal ein Zwangelspiel hin jetzt hier. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wieso findet ihr den nicht so schnell? Das ist ja Wahnsinn. Das gibt's doch gar nicht. Ich mach mal 2v2, ob er da wird schneller erfindet. Na, geht doch. Auf wenigstens ein Match hier noch nach einer Folge. Ach, guck an, den 20-Year-Old-Talent, den hatte ich gestern im 3v3-MAM-Team. Ach, guck an, den 20-Year-Old-Talent. So, mal hier raus gegangen, weil er im Shit war. Ja. 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 Das war scheiße von mir. Ich hätt nicht nochmal ran fahren sollen. Ich gehe noch mal. Ich gehe jetzt mal ran fahren. Ich gehe noch mal ran fahren. Ich gehe noch keine Räuber. Ich gehe noch mal ran. Ich gehe noch nie. Ich gehe noch, wenn man gespannt es tut. Ich gehe noch nicht nur das Chamberltopfen für den Diehn Abend. Ich gehe noch mal auf der Maschinen. Ich gehe noch mal ran. So, läuft er auch richtig gut jetzt. Rande, 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 oh no, das wird nicht mehr. Oh Gott. Schöne Parade. Oh Gott. 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 Bis auf mein Tor habe ich echt noch nichts wieder geschissen bekommen hier. Ach, leck mich doch. Ja, raus hier. Zack. Na gut, gucken wir mal, ob wir jetzt irgendwie noch ein Match mit Vario zustande kriegen. Ansonsten war es das wahrscheinlich erstmal für diese Session. Ich bitte, bedanke mich. Bis denn.